Nach einem zweiten massiven Angriff mit Erpressungssoftware innerhalb von zwei Monaten kämpfen Firmen rund um den Globus mit den Folgen der Cyberattacke. Zu den betroffenen Unternehmen zählen die dänische Reederei Maersk, der größte russische Ölproduzent Rosneft, der US-Pharmakonzern Merck und der Lebensmittelriese Mondelez, zu dem Marken wie Milka und Oreo gehören. Auch Österreich bleibt nicht verschont. Laut Bundeskriminalamt sind zwei Firmen von den Attacken betroffen. Es handelt sich um internationale Unternehmen mit Standort in Wien. Besonders hart trifft es Unternehmen und Behörden in der Ukraine. An der Ruine des ukrainischen Katastrophen-Atomkraftwerks Tschernobyl muss die Radioaktivität nach dem Ausfall von Windows-Computern manuell gemessen werden. Wichtige technische Systeme der Station funktionieren dort aber normal, heißt es. Die Schadsoftware verbreitet sich am Dienstag nicht nur über die Windows-Sicherheitslücke, wie im Mai der Trojaner WannaCry, sondern findet auch einen weiteren Weg, Computer innerhalb eines Netzwerks anzustecken. Unterdessen sehen Experten Hinweise darauf, dass die Angreifer eher auf Chaos und nicht auf Profit aus sind. Währenddessen warnen Experten vor Hackerattacken auf Flugzeuge. Eine besondere Schwachstelle sollen hier die Funk- und Kommunikationssysteme im Flugverkehr sein. Experten urteilen, dass die Systeme aus Sicht der Cybersicherheit nicht den heutigen Schutzanforderungen genügen, wenn sie nicht durch Updates oder neue Systeme aktualisiert werden. Zusätzlich fordern sie, dass Piloten auf mögliche Hackerangriffe trainiert werden sollen. Hierfür bedarf es eine erweiterte Ausbildung. Das Bundeskriminalamt empfiehlt Betroffenen auf keinen Fall für den Zugang zu den Daten zu bezahlen. Weitere Erpressungen sind dann nicht ausgeschlossen.